Junge, 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 dann team ich einmal Und dann muss ich in ne Vorrunde gegen so was, Alter Ja, ist jetzt blöd gelaufen, ne? Und was am Marvin soll ich gogeln, du Kack? Okay, und jetzt? Jetzt wird der Marvin, jetzt zerbombt, wie willst du dich wehren? Holst du deine Badezimmer-Squats, ha? Das ist doch gar kein richtiges Bett und zwar nur ein Schrei Zwischendurch ist Super H, darum wer weniger wake ist Man hört deine Stimme, doch mach den Beat lauter, verdammt Denn dein Rap ist so sehr rappt, wie ein fucking Bautsportvertrag Das war schnell Geh, bitte dich aufhängen, dein Dasein beenden Am besten holst du Hilfe von deinem Kollegen, Zazanik, Kevin oder Sock Zumindest dafür, dass du gar nicht mehr rappst Nur weil du dich buntlasst, bist du noch lange nicht Trash Nun ist es für dich vor deinen Javre Player, lehrt ihr vor euch Denn du bist für mich nix weiter als ein Seck für zwischendurch Sollst es mal lieber versuchen, Leute anzuschreien Du bist so scheiße leise auf deinem Beat, sollte das so sein? Deine Quali klingt so, als würde man eine Tafel zerkratzen Jo, ich glaube, da ist so ein bisschen Vocals in deinem Beat gefallen Versuch mal, die Vocals aus deinem Track rauszuhören Akka, versuch die Nade im Heuhaufen oder unter Wasser eine Maus zu töten Deine Stimme ist alles andere als saftig Geiler Beat, den du eingereicht hast als deine Quali Aber mussten da die Beat-Tracks alle zwei Sekunden kommen? Ich werde dich fucking tracks und verkloppen Hättest du nicht zwei YouTuber-Accounts? Hättest du gar keine Likes, du schwuler Bergbau? Miau! 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 Hans hat den Beat gemacht Die Übensohn Sie haben einen Dich Untertitelung. BR 2018